Bist du beim Bundeswehr? Ich höre mich an die Motoren. Wie ist das so? Musst ihr noch zur Musterung heutzutage? Ja. Weil, also ich musste damals noch zur Musterung, aber zu meiner Zeit gab es noch die Wehrpflicht. Da musst du dich nackt ausziehen vom Soldaten, der hat dir an die Eier gefasst. Und dann wurde entschieden, ob du Zivildienst machen musst oder ob du Soldat wirst. Und also, weil das war echt seltsam so, weißt du, dieser Typ, was hat der denn gemacht damals? Er war so, Scharfschütze. Panzer. Eitenheim. Also, wurde die an die Eier gefasst? Wie war deine Grundausbildung? Ich hab drei oder sechs Monate gemacht. Die Grundausbildung? Ja. Warum? Bist du durchgefallen und musst es wiederholen? Ja, bei einem Punkt, also du hast ja vier Pflichtpunkte. Ich hatte Stürme. Moment mal, Moment mal. Aber du bist jetzt bei der Marine, weil du arbeitest auf Afrikato, oder? Bro, weißt du, was dir gefehlt hätte? Die hätte einfach einen Typ gefehlt, der die einfach an die Eier fassen, der sagt, auf jeden Fall an Land. Also, es hätte dir viel Spaß.